Telefon. Also ich habe mir einen Weltkid ausgesucht. Man weiß es leider nicht genau, es lag ein Herr in einer Sommer. Auf einem Parkplatz auf der Lauer, ein Telefon, das hat er mitgebracht. Auf einmal macht es eine gute, die Schwiegermutter wirkt sehr aufgebracht. Sie sitzt seit Stunden schon im Gnum. Auf einmal bremst ein junger Dutte, er bremst nicht darauf im Blutte. Und es hat er nun davon, wenn sein Autotelefon, Telefon d'Ago. Ich habe mir es nicht gekauft beim Herr Lango.